Diesen Typ Mann findest du laut deinem Sternzeichen attraktiv. Es gibt so Männertypen, von denen wir uns einfach immer angezogen fühlen. Während die einen eher auf den dominanten Typ stehen, haben andere nur Augen für Romantiker. Viel davon hat mit deinem Sternzeichen zu tun. Wasserzeichen, Krebs, Fische und Skorpion Wasserzeichen sind dafür bekannt, spontan zu sein und gern viel zu unternehmen. Deshalb finden sie Abenteurer, die häufig reisen und viel unterwegs sind, total spannend. Einfach mal spontan übers Wochenende wegfahren. Ein Roadtrip dort oder ein Wanderurlaub da. Das ist genau das Richtige für diese drei Sternzeichen. Sie brauchen viel Action. Feuerzeichen, Löwe, Witter und Schütze Diese Sternzeichen stehen total auf Bad Boys. Es darf ruhig abenteuerlich, actionreich und manchmal auch ein bisschen gefährlich sein. Zu diesem Typ Mann fühlen sich Löwen, Witter und Schützen einfach immer hingezogen. Für sie ist es aufregender, wenn Hindernisse im Weg stehen und sich eine Beziehung nur langsam entwickelt. Deshalb sind gefährliche Typen auch so spannend für sie. Aber Achtung, bei Beziehungen mit Bad Boys ist Stress vorprogrammiert. Luftzeichen, Zwilling, Waage, Wassermann Zwillinge, Wagen und Wassermänner können selbst nur schwer Entscheidungen treffen. Sie geben das lieber an ihren Partner ab und suchen sich deshalb oft dominante Männer. Luftzeichen stehen auf starke Männer, die das Ruder übernehmen und bei denen sie sich ganz gemütlich fallen lassen können. Dabei kann es aber oft passieren, dass sich ihre eigene Meinung völlig außen vor lässt und sich selbst hinten anstellen. Für Erdzeichen ist Sicherheit extrem wichtig. Diese Sternzeichen brauchen jemanden, bei dem sie sich wirklich sicher fühlen können. Das spielt vor allem Geld und der Job eine große Rolle. Sie fühlen sich zu Karriere-Typen hingezogen. Die inneren Werte rücken da auch schon mal in den Hintergrund. Die inneren Werte rücken da auch schon mal in den Hintergrund.